Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich bin Isabel und ich bin vor kurzem nach Alicante in Spanien ausgewandert. Und in diesem Video geht es darum, wie man denn hier in Spanien als Deutsche Anschluss findet und Freunde findet und Bekanntschaften findet, mit denen man auch mal was unterleben kann. Freunde finden, es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber Leute findet, Anschluss findet und wie das soziale Leben hier ist. Bei mir ist es so, dass ich zum Glück ganz okay Spanisch spreche und das, muss ich sagen, vereinfacht hier sehr, sehr viel. Denn die Leute sprechen hier, obwohl ich an der Costa Blanca bin und das eine Touristengegend ist, nicht sehr gut Deutsch, also eigentlich kein Deutsch und auch nicht sehr gut Englisch. Was man ja aus Deutschland nicht so gewohnt ist. In Deutschland spricht ja irgendwie, zumindest in den großen Städten, fast jeder irgendwie Englisch. Und das macht es natürlich auch als Ausländer sehr viel leichter, da zu kommunizieren. Hier ist es anders und wenn man nicht Spanisch spricht, dann ist das ein bisschen schwieriger. Was aber sehr, sehr cool ist, ist, dass die Leute hier sehr, sehr offen sind. Das heißt, auch wenn du nur ein bisschen Spanisch sprichst, sind sie total happy, dass du überhaupt was sprichst und nehme dich dann auch sofort auf. Und es ist sehr, sehr schnell, hier Anschluss zu finden. Für mich ist es so, dass ich sehr gerne trainiere und auch zum Training in einen Crossfit-Gym, eine Crossfit-Box gehe. Also so nennen sich hier die Crossfit-Studios oder generell nennen sich die Crossfit-Studios Boxen. Und da ist es sehr, sehr, sehr einfach, da schnell Anschluss zu finden, weil die Leute sehr offen sind. Es ist beim Crossfit immer eine große Community und die Community ist auch ganz, ganz wichtig im Crossfit. Und auch wenn ich jetzt nicht der typische Crossfitter bin und jeden Tag da in die Kurse gehe, weil beim Crossfit ist es als Kurssystem aufgebaut, sondern immer da so mein eigenes Training mache, fällt mir natürlich auch als Berndina ein bisschen auf. Und auch mit dem, was ich, glaube ich, trainingsmäßig so mache, fahle ich ein bisschen auf. Und die Leute kommen auch einfach und quatschen oder schreiben mich auf Instagram an. Und es ist sehr, sehr einfach, hier Anschluss zu finden, weil die Spanier in der Regel ein bisschen offener sind als wir Deutschen vielleicht auch. Und auch ein bisschen kommunikativer und auch gleich ein bisschen close und ein bisschen schneller einfach auch Freundschaften schließen. Und wenn sie jemanden total interessant finden, dann quatschen sie den an und fragen den und hey, und seid auch mit dabei, wenn wir heute Abend uns treffen. Und dementsprechend habe ich schon ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt auch schon ein bisschen was gemacht habe. Mit denen ich zum Beispiel mal in die Berge gefahren bin, weil wir dort gepiknickt haben und den Sternensturm angeguckt haben. Und die mich abends eingeladen haben, wenn sie irgendwie sich getroffen haben bei anderen Leuten zu Hause und jeder hat was zu essen mitgebracht. Und heute wurde ich eingeladen von ein paar Mädels, auch aus dieser CrossFit Box mitzukommen zu einem Wasserfall. Der heißt Gogo Catalan. Der ist ungefähr eine Stunde von hier entfernt, wo ich wohne, in Elche. Mehr so in Richtung Valencia. Ist jetzt kein riesiger Wasserfall, auch nicht richtig bekannt, aber ich glaube, es ist ein ganz schöner, ruhiger Ort, wo man einfach den Sonntag verbringen kann. Und da bin ich total gespannt, weil eigentlich habe ich überhaupt noch keine Ahnung. Und das ist hier auch relativ normal und auch relativ spontan alles immer. Und deswegen, ja, mir wurde gesagt, pack ein Bikini ein, habe ich an und bereite ein bisschen was zu essen vor, weil wir sind den ganzen Tag unterwegs. Und ja, normalerweise sieht der Sonntag bei mir folgendermaßen aus. Das ist für viele immer schwer verständlich, aber ich habe ja eine eigene Firma, ich bin selbstständig und sonntags ist immer ganz, ganz viel Arbeit. Das heißt, ich habe das versucht, gestern schon zu erledigen, die halbe Nacht durchgearbeitet, damit ich jetzt heute mir ein bisschen mehr Freizeit gönnen kann. Und mit den Leuten, Mädels sind es, glaube ich, dahin fahren kann. Da ich noch nicht so genau weiß, was mich heute erwartet, ehrlich gesagt, habe ich mich gestern gegen 18.30 Uhr angeschrieben. Die eine ist Trainerin auch in dem Gym, in dem ich selbst trainiere und auch sogar ein paar Kurse gebe. In dem Gym ist es so ein bisschen, naja, wie so ein Austausch. Ich gebe da ab und zu mal so den ein oder anderen Kurs und dafür kann ich ja kostenlos trainieren. Das ist auch so ein ganz typisches spanisches Ding, dass es immer so einen Austausch gibt. Da ich ja, wie gesagt, noch nicht genau weiß, weil die meinten, hey, wir fahren da und da und hast du Bock mitzukommen, wir fahren mit dem Auto und nehmen dich mit. Ohne Auto ist hier echt ein bisschen schwierig und ich habe hier noch kein Auto. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich soll ein Bikini mitnehmen und was zu essen mitnehmen. So, jetzt zeige ich mal ganz kurz, was ich so dabei habe. Ganz wichtig, eine Maske, weil hier ist ja überall Maskenpflicht. Auch ganz wichtig, Sonnenschutz. Ich habe mich vor zwei Wochen, da war ich am Strand, habe mich richtig verbrannt, obwohl ich eingecremt war und jetzt habe ich ein bisschen höheren Sonnenschutz. Auch wichtig für mich ist Mückenschutz. Ganz wichtig, auch Wasser, Powerbank, Bikini nochmal und ein Handtuch und was zu essen in einer Kühltasche, die ich mir ausgeliehen habe. Ja, ist auch ganz, ganz wichtig, weil wir den ganzen Tag irgendwo in den Bergen sind oder im Wald oder wo auch immer. Das wird sich jetzt zeigen, das werdet ihr auch jetzt hier in dem Video erst erfahren und ich auch. Und ja, das ist jetzt alles so, was ich für den Tag dabei habe und ich hoffe, das reicht. Festes Schuhwerk, wurde mir noch gesagt. Ich habe jetzt hier einfach nur ein paar Turnschuhe, aber wir werden ja mal sehen. Ich bin da auch nicht so besonders empfindlich und ich hoffe, dass das ausreicht. Und ich hoffe, dass das jetzt gleich losgeht. Ich warte jetzt, es ist 9 Uhr, die werden mich gleich abholen. Die Spanier sind ja auch manchmal ein bisschen spät. Ich auch manchmal, deswegen alles gut. Und ja, dann geht es gleich los. Eine Stunde zu spät sind die Lieben, aber egal. Ich konnte nur noch ein bisschen Arbeit schaffen und freue mich jetzt riesig, dass sie da sind. Und jetzt geht es endlich wirklich los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt angekommen, sind eine Weile mit dem Auto gefahren, ungefähr eine Stunde. Und ja, mal sehen, wie es wird. Es sind hier doch ein paar mehr Leute als erwartet. Wir haben auch schon ein paar Bekannte getroffen, obwohl wir echt weit weg sind von dort, wo wir sonst sind. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich darauf, in irgendein kühles Nass zu springen, weil es doch schon wieder sehr, sehr heiß ist. Wir kommen sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind hier angekommen. Ich hoffe, man kann mich hören. Es ist hier so eine kleine Wasserfall, ein kleiner See. Ich glaube, es ist nicht ganz natürlich angelegt, aber es ist super schön. Und das erste, was wir jetzt erst mal machen, ist baden gehen. Und dann haben wir ja jeder so ein bisschen was zu essen mitgebracht und ein bisschen picknicken hier und den Tag genießen. Es ist nämlich Sonntag und ich freue mich auf jeden Fall total, hier zu sein. Auch wenn ich die Mädels persönlich auch gar nicht so gut kenne, sondern so ein bisschen gesehen habe im Gym, in dem ich trainiere. Aber es ist hier, wie gesagt, ganz einfach, sich zu unterhalten, Freundschaften zu knüpfen und sich einfach besser kennen zu lernen. Das ist hier sehr laut. Wir sind jetzt an einem kleinen Wasserfall. Wir sind ein bisschen weiter gewandert, geklettert und sind angekommen hier bei den Cascadas. Mal sehen, ob man ins Wasser gehen kann. Ich denke eher nicht, aber wir werden es mal versuchen. Wir sind jetzt hier noch ein kleines bisschen weiter gewandert bzw. fast geklettert. Man kann es hier so ein bisschen sehen. Es ist hier doch ein bisschen steiniger. Aber es funktioniert alles ganz gut mit den Schuhen, obwohl ich schon auch komplett nass geworden bin. Natürlich durch den Wasserfall. Wir sind auch durch den Fluss gelaufen. Mein Schuhwerk ist dann natürlich auch nur zu sehen nie gut, aber es hat alles gut funktioniert. Ich bin ja auch ganz happy, weil, wie gesagt, die Mädels, die kannte ich vorher noch gar nicht. Die eine kann ich so ein bisschen vom Training, aber das war's. Die sind super lieb, super interessiert auch. Die helfen einem auch total. Wenn man halt sagt, okay, ich kenne mich nicht gut aus oder ich weiß nicht, was das ist. Oder auch, wie funktioniert das hier in Spanien? Wie sind hier die Menschen in dieser Art und Weise drauf? Also alles in Fragen sind sie super super lieb, einem das zu beantworten. Und ja, die werden wir schauen. Die Mache geht jetzt auf jeden Fall gerade ins Wasser. Ich glaube, ich werde da auch mal schauen, dass ich auch mal hinterher gehe. Weil bei dem anderen Wasserfall konnten wir leider nicht reingehen. Es gibt hier insgesamt drei Wasserfälle Cascadas. Und ich glaube, wir haben hier den zweiten gefunden. Es ist auch gar nicht so einfach, hier alle zu finden. Mal schauen, ob wir noch den dritten finden. Ich bin wieder zu Hause angekommen und es war ein total toller Tag. Ihr habt es vielleicht auch ein bisschen gesehen, die Natur hier ist total super. Und wirklich auch überraschend, weil es ist auch richtig, richtig grün. Das erwartet man jetzt nicht unbedingt von Spanien. Ich meine, wir haben August, dass es so grün ist. Aber es gibt hier sehr viele unterschiedliche Gegenden. Und in der Gegend, in der ich jetzt wohne, ist man sehr nah an den Bergen und auch sehr nah am Meer. Und das ist ja auch das, warum ich auch mir diese Stadt ausgesucht habe hier zum Leben. Weil man halt sehr schnell, wenn man ein Auto hat, habe ich nicht, aber die Leute hatten eins. Wenn man ein Auto hat, ist man sehr, sehr schnell überall. Und ja, es war auch mit den Mädels total gut. Ich, wie gesagt, ich kannte die nicht wirklich. Die eine habe ich schon mal im Studio getroffen, aber jetzt auch nicht sehr viel geredet. Und klar, man hat halt eine Gemeinsamkeit, zwar den Sport, aber ich meine, das ist ja auch nicht alles. Und wir haben auch ehrlich gesagt gar nicht so viel darüber gesprochen. Aber es hat sich richtig gelohnt, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen so, hm, keine Ahnung, wie es wird. Wir haben ja auch gar keinen Plan gehabt so richtig. Es war richtig, richtig super. Und hier ist es generell so, dass man nicht super viel plant. Also jetzt ist Sonntag, man plant jetzt noch nicht für nächstes Wochenende, sondern man schaut sehr spontan. Die haben mich ja auch erst gestern Abend angeschrieben und gefragt, ob ich Bock habe mitzukommen. Dementsprechend, das ist hier schon sehr, sehr normal. Also wenn man hier versucht, Leute kennenzulernen, muss man sich glaube ich auch darauf einstellen, dass die hier wirklich sehr, sehr spontan sind. Und vor allem zu spät. Heute Morgen haben wir eine Stunde zu spät. Aber es war auch voll okay, weil in dem Moment konnte ich halt noch ein bisschen arbeiten. Weil Sonntag ist ja, wie gesagt, mein längster Arbeitstag eigentlich, weil ich immer die Woche für meine Klienten vorplane, die kommende Woche. Und habe das jetzt allerdings heute Morgen schon zum größten Teil erledigt. Und gestern Nacht habe ich also schon ein bisschen vorgearbeitet und konnte auch im Auto ein bisschen arbeiten und zwischendurch mit meinen Klienten kommunizieren. Dadurch habe ich so ein bisschen auch heute den Tag gut nutzen können für beides, für Freizeit und für Arbeit. Und das hat mir natürlich, ja es war einfach ein richtig, richtig schöner Tag. Und ich bin total happy, dass ich, obwohl ich am Anfang dachte, Sonntag, da arbeite ich eigentlich super viel. Da kann ich eigentlich nicht irgendwo hinfahren und keine Ahnung, wo wir da sind und wie lange wir da brauchen. Aber dass ich mich doch, ich sag mal, überwunden habe und das gemacht habe, da bin ich echt richtig, richtig happy. Es ist hier sehr, sehr einfach Anschluss zu finden, solange man Spanisch spricht. Das habe ich schon gesagt, weil Englisch und Deutsch ist hier nicht so wirklich verbreitet. Und die Leute sind auch einfach sehr, sehr freundlich und sehr, sehr offen und haben richtig Spaß daran, die spanische Kultur und auch die Gegend näher zu bringen und auch mehr zu erfahren, was man selbst so macht. Man ist ja auch hier ein Ausländer und man hat ja auch irgendwie ein anderes Leben vorher gelebt und sind super interessiert daran, was es für Unterschiede gibt, wie sind die Dinge in Deutschland und so weiter. Also sind hier sehr, sehr offen und auch sehr, sehr interessiert. Und das waren jetzt Leute, mit denen ich vorher noch nichts gemacht habe. Ich habe aber auch schon was mit anderen Leuten gemacht, auch aus dem Studio, wo ich trainiere. Da habe ich die bisher alle kennengelernt und da ist es, glaube ich, auch relativ leicht, Leute kennenzulernen. Und die Feuer haben mir auch, als wir mal abends ausfahren, die komplette Stadt gezeigt. Und das, also haben keine Mühe gescheut, wirklich alles zu erklären, von der Kirche über archäologische Grabstätten und alles. Und das war total super und das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Und das kenne ich auch gar nicht so von Deutschland, vor allem nicht von Berlin. Und man muss dazu sagen, ich lebe jetzt auch in einer etwas kleineren Stadt. Die Leute sagen ja auch, es ist eher so ein größeres Dorf. Und ich kann mir vorstellen, in Städten wie Madrid und Barcelona ist das schon ein kleines bisschen anders als hier. Aber deswegen habe ich mir ehrlich gesagt auch eine etwas kleinere Stadt oder auch deswegen zum Leben ausgesucht, weil ich wusste, hier findet man schon etwas schneller Anschluss. Generell sind die Spaniern da auch vielleicht ein bisschen offener als wir Deutschen. Und dementsprechend ist es, wenn man die Sprache spricht und irgendwie einen Punkt findet, um eine Gemeinsamkeit zu finden. Sei es der Sport oder was auch immer man machen kann. Irgendwo kochen gehen oder irgendeine Freizeitbeschäftigung, in der man andere Leute kennenlernt. Und ich glaube, das ist die beste Art und Weise, hier wirklich auch Anschluss zu finden. Ich muss mich an dieser Stelle erst so bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Auswandern nach Spanien, Spanien allgemein, Spanisch sprechen, Leute in Spanien und so weiter, arbeiten in Spanien, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich beantworte das super super gern. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video auch gerne ein Like und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns ganz bald wieder hier auf dem Namaste YouTube-Kanal.